Der mit den T4 fällt da nicht weg, nicht? Der hat volles Vertrauen. Wo steht denn der? Dahinter die grünen Bagger. Oh, der hat das ja eben gemacht. Der ist noch einmal von dem Auto. Nein, also... Ein hier. Oh, das ist nicht hinten. Geht mal schon runter. Das sieht ganz schön gemacht hier oben, oder? Ja, der Wasser tut. Entschuldigung. Oh, jetzt... Ich dachte, das hat sich in den Krach gebt. Oh, Schmatex kann Fenster putzen. Guck mal. Das hat sich nicht gereicht. Eignet das nicht bei Schmatex? Ja, Uli. Das hat nicht gereicht. Die Hauptdauer... Und hast du... An dem links... An der Poli... An der Dreck... Ja... Es ist schon gewackelt hier, oder? Uli, du hast fast recht, hier wird deine Berechnung. Nee. Dass wir nicht auf dem Wasser tun sollen. Nee, du, das stimmt nicht mit dem Dreieck. Wir haben ja sowas von Schiefelägen. Aber ich kann heute rausgerechnet. Ich kann heute rausgerechnet. 24 Quadratmeter ganz im Kopf ausrechnen. Nee, doch. Nee, doch. Nee, doch. Nicht 24, 24 Quadratmeter. Kann heute rausgerechnet. Hm? Nee, ich will nicht. Nein. Nein. Jetzt ist die Bezahlung. Oh Mann, wir müssen zu Hause nehmen. Ja, ich bin nicht Nachden. Das war's für mich. Du hast die Pfosten nicht echt. Ja, ich bin nicht nachdenken.